Einen wunderschönen guten Morgen. Die Suche nach der besten Notiz ab, die hört bekanntlich niemals auf. Es gibt nur Zwischenstops, kein finales Ziel. Craft, das lehnt gelegentlich an der Tür von Projekt und von Tagesplanung, liebäugelt jedoch auch mit Publishing und mit Präsentation. Wer es jedoch einfach nur als besseres Apple Notes betrachtet, der kann hier bereits glücklich werden.